Wir sind im vorletzten Laufüber, das ist eben der Peter ganz innen, zwei Lügebrüche, der 20 und sie kämpfen hier gegen die Männer, die haben drei, fünf und sechs und da ist man außen noch am schlisten mit unterwegs und jetzt gibt es noch die Kielgeraden, ein von allen Ecken beieinander, hier ist noch nichts entschieden, bitte, alles bitte, alles bitte, alles bitte, alles bitte, alles bitte, alles bitte, und jetzt kommt wieder ein Nils drauf und Nils ist hier in 1927, Nils drauf.